willkommen hier bei profischnapp.de in empfegen und wieder zeige ich Ihnen ein schnäppchen von willi schillig eine eckbank namens 117 21 zweiteilige ecke mit sitztiefen verstellung armteil verstellung und separat drei passende stühle in leder longlife z77 43 ein leder mit natürlicher prägung nun was lässt sich sagen ich sitze hier straff aber ich sitze hier wie auf einer bank muss gerade mal hier ein knopf drücken damit das telefon aufhört ich sitze hier wie auf einem sofa sie haben einen tollen komfort sitzen etwas nach hinten können aber mit einem ruck sich mehr sitztiefe schaffen und so noch bequemer sitzen nach dem essen und das bei allen sitzen wunderbar und hier auch das hat nämlich den ruhig nachher zurück und was lässt sich noch sagen longlife leder sehr pflegeleicht wenn sie mehr sitzt die wir hier haben und die armen den noch verstellen dann können sie auch wunderbar hier liegen eine tolle geschichte ganz leichte optik die sind mit diesen tollen schwarz pulver beschichteten füßen so wäre es jetzt zum essen wird zu tief sie ist vor und schon passt wunderbar dazu passend habe ich noch drei stühle die eine hohe bequemlichkeit aufweisen und drehbar sind mit einer rückholfeder die stühle immer gerade ausrichten schönes metallgestell auch pulverbeschichtet schwarz im dreiersatz für 666 euro die bank kostet bei uns abholpreis 1750 euro ungefähr die hälfte dessen was sie im fachgeschäft bezahlen wenn sie eine solide bank mit tollem sitzkomfort in spitzenqualität suchen empfehle ich ihnen 117 21 von willi schillig schnappen sie zu dankeschön und tschüss